Der Willacher SV ist ein Fußballverein aus Willach, Bundesland Kärnten in Österreich und existiert als eigenständiger Verein von 1920 bis 1997 und seit 2006. Der Verein kam bis in die zweithöchste österreichische Fußballliga und in einer Spielgemeinschaft mit der WSG Radenthein sogar bis in die höchste Spielstufe in Österreich. Als vorübergehende Nachfolgevereine können die heute nicht mehr existierenden Klubs FC Kärnten und FC Willach angesehen werden. Sehr bekannt ist auch die mittlerweile eigenständige Sektion Eishockey, die den Namen ECV SV führt. Geschichte des Willacher SV Den Anstoß zur Gründung eines Fußballvereines in Willach gab die in den Jahren 1920. hier stationierte italienische Besatzung Scannisen. Diese war am heutigen Seebacher Gelände stationiert und hatte zur Ausübung der bei den Italienern so beliebten Sportart auf der Napoleon-Wiese einen provisorischen Fußballplatz errichtet, auf dem es bald auch der Willacher Bevölkerung erlaubt war, dem Ball nachzujagen. Im Herbst 1919 kam es schließlich zu ersten Vergleichskämpfen, damals als Propagandaspiele bezeichnet. Zwischen italienischen Soldatenmannschaften und der vor allem jungen männlichen Bevölkerung Willachs. Zu Beginn wurde der Fußballsport von der Mehrheit der Willacher noch belächelt und als zu roh bezeichnet. Doch das Interesse der jungen Burschen war mittlerweile derart groß geworden, dass man daran dachte, einen eigenen Verein zu gründen. Am 12. Mai 1920 wurde im damaligen Café Trau eine Gründungsversammlung abgehalten und der Willacher Sportverein mit den Vereinsfarben Blau-Weiß offiziell gegründet. Mit der Vereinsgründung wurde auch die Gründungsmannschaft mit den Spielern Bauer, Manesi, Gregoritsch, Fisch, Pop, Geiger, Ringer, Gut, Berger, Richter, Pretnecker, Perkunich, Kober, Beck, Nehammer aus der Taufe gehoben. Der Willacher SV war damit der erste Fußballverein in Oberkärnten. Noch im August desselben Jahres trug der Verein auf dem Seebacher Reitschulgelände ein Spiel gegen eine italienische Militärmannschaft aus. Wurden die Willacher Sportler zu Beginn nur von einigen zufällig vorbeikommenden Ausflüglern beobachtet, kamen zu diesem Vergleich Kampf bereits 1500 Zuseher. Seinen ersten großen Erfolg feierte der Willacher SV mit dem Gewinn des Landesmeistertitels in der 1. Kärntner Klasse der damals höchsten Spielstufe im Kärntner Fußballgeschehen. Die Gegner in diesem denkwürdigen Jahr hießen Klagenfurter SV, Klagenfurter AC, Amateure SK Klagenfurt und Deutscher SK Willach. Im Kärntner 10. Oktoberpokal schieden die Blau-Weißen jedoch schon in der ersten Runde gegen den Klagenfurter AC aus. 1925 erreichten die Willacher dann das Finale im 10. Oktoberpokal und spielten wieder gegen den Klagenfurter AC. Der Ausgang dieses Finalspiels ist heute nicht mehr bekannt. 1927 wurde die Entscheidung um den Kärntner Landesmeister in einem Finalspiel ermittelt, das der Willacher SV gegen den Klagenfurter SV bestritt. Auch dieses Ergebnis ist nicht bekannt. 1931 unterlag der Verein im Semifinale des Pokals dem SK Austria Klagenfurt knapp mit 0 zu 1. Ebenfalls an der Klagenfurter Austria scheiterte der Willacher SV im Finale des 10. Oktoberpokals von 1935. Nachdem das Heimspiel mit 2 zu 1 gewonnen wurde, kam es beim Rückspiel beim Stand von 0 zu 1 zu einem Spielabbruch. Das Wiederholungsspiel gewannen die Klagenfurter klar mit 5 zu 1. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich kam es auch zu einer Neueinteilung des österreichischen Fußballgeschehens. Aus den neu eingerichteten Bezirksklassen konnten sich erstmals auch Bundesländervereine für die höchste ostmärkische Liga qualifizieren. Der Willacher Sportverein spielte in der Bezirksklasse Süd gegen Vereine aus Kärnten und der Steiermark und belegte den sehr guten vierten Platz. In der Folgesaison 1939-40 spielten die beiden Bundesländer ihre Meister wieder in getrennten Ligen aus. Der Willacher SV eroberte, wie auch in den folgenden Jahren 1941, 1942 und 1943 den Meistertitel in der 1. Kärntner Klasse unterlag jedoch im Spiel um den Steirisch-Kärntner Gesamtmeister dem Grazer SC. In der Aufstiegsrunde zur Gauliger Donau-Alpenland scheiterte der VSV 1943 mit Nullpunkten aus vier Spielen deutlich an den Vereinen LSV Markersdorf, an der Pilach und Kapfenberger SC. Die damalige Vereinsführung des VSV wurde zwar auch von den Nationalsozialisten kontrolliert, doch verstanden es die Funktionäre sehr gut. Doch etwas von der damaligen Ideologie abweichend zu handeln. In die Kriegszeit fallen auch die ersten Berichte über einen begnadeten Spieler des VSV, nämlich Ernst Mechior. Nachdem die Meisterschaft von 1944-45 nicht ausgespielt wurde, folgte ab Frühjahr 1946 eine erstmals ausgetragene Meisterschaft mit nur vier Vereinen, darunter dem VSV, wobei jedes Team nur einmal gegeneinander spielte. Ab Herbst 1946 wurde die Meisterschaft in zwei Klassen geführt, praktisch war die 1. Klasse als höchste Landesklasse die erste Kärntner Liga. In der Saison 1947-48 sicherte sich der Willacher Sportverein den als Nachfolger des 10. Oktober Pokals neu eingeführten Kärntner Landeskapp mit einem 3-1-Finalerfolg gegen den Stadtkonkurrenten ESV Willach. In der Saison 1948-49 stellten die neu gegründeten Landesligen nach Einführung der Staatsliga die zweite Spielstufe in Österreich dar. Allerdings blieb in Kärnten das seit 1946-47. geltende System aufrecht die 1. Klasse blieb weiterhin höchste Liga und außerdem zeigte der Kärntner Landesverband, im Gegensatz zu den übrigen acht Landesverbänden, kein Interesse, dass seine Klubs die gegebene Chance nützen konnten, in die bundesweite österreichische Staatsliga aufsteigen. Der Willacher SV beendete die Saison an zweiter Stelle der Kärntner Landesliga und qualifizierte sich damit für die ab der Saison 1949-50. Eingerichtete zweitklassige Tauernliga, die die besten Vereine Kärntens und Salzburgs umfasste. Nach dem Titelgewinn in dieser Klasse scheiterte die Willacher in der Aufstiegsrunde zur Staatsliga A am Linzer Ask und PSV Innsbruck. 1955-56 wurde die Tauernliga in die Bereiche Süd und Nord aufgeteilt. Ab 1959-60 spielten die Kärntner Vereine in der nunmehr anstelle der Tauernliga neu ins Leben gerufenen Regionalliga Mitte, in der im ersten Jahr mit der WSG Radentein nur ein Klub aus Kärnten vertreten war. Der VSV konnte nach dem Meistertitel 1961-62 erstmals aufsteigen, musste aber nach zwei Saisonen wieder absteigen. Wohl wurde 1964-65 der neuerliche Titelgewinn und Aufstieg geschafft, doch man war nur ein Jahr in der Regionalliga Mitte vertreten. Der nächste Titelgewinn kam erst 1969-70. 1973 gingen die Willacher, damals Dritte der Saison 1972-73, eine Spielgemeinschaft mit der WSG Radentein, dem Titel Träger dieser Meisterschaft. Ein und erspielten als WSG Radentein, VSV den 15. Rang in der höchsten österreichischen Liga, der für den Klassenerhalt gereicht hätte. Wäre nicht im Frühjahr 1974 die große Bundesliga-Reform durchgeführt worden. An der neuen Bundesliga durften nur zehn ausgesuchte Vereine teilnehmen. Alle Regionalligen wurden aufgelöst, die Nationalliga wurde eine Saison lang als zweite Leistungsstufe weitergeführt und dann durch die Bundesliga 2-Division abgelöst. Die Spielgemeinschaft mit Radentein wurde am Ende der Saison 1974-75 wieder gelöst. Der Willacher SV übernahm den Ligaplatz in der Bundesliga 2-Division. Nach dem Abstieg 1983 der erst in der letzten Runde besiegelt wurde, spielte der VSV zwei Jahre in der Kärntner Landesliga und kehrte in der Saison 1985-86 für ein Spieljahr in die zweite Bundesliga zurück. Nach anfänglich positiven Resultaten kam es zu einem Rückfall. Der Verein musste im Frühjahr im Abstiegs-Playoff um den Klassenerhalt kämpfen, der jedoch nicht gelang. Liegenteilnahme Willacher SV 1 Klasse Kärnten 1903 und 20 1904 und 20 1905 und 20 1906 und 20 1907 und 20 1928 und 20 1909 und 20 1930 1901 und 30 1902 und 30 1903 und 30 1904 und 30 1905 und 30 1906 und 30 1907 und 30 1908 und 30 1940 1941 1941 1942 1943 1943 1944 1946 1946 1947 1948 Bezirksklasse Süd 1939 Landesliga Kärnten 1949 1960 1961 1962 1965 1965 1960 1968 1960 1969 1960 1970 Landesliga Kärnten 1984 1985 1985 1987 1987 1988 1988 1989 1980 1990 1991 1992 1992 1992 1993 1990 1994 Tauern Tauernliga 50 1974 1974 1974 als WSG VsV Kärntner 19 19 19 1923, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, Sieger 10, OKT-Pokal, 1922, Finale 10, OKT-Pokal, 1925, 1935, Sieger-Kärntner-Landespokal, 1946, 1947, 1948, Finale Kärntner-Landespokal, 1924, Tauern-Ligemeister, 1950, Meister Kärntner-Landesliga, 1962, 1965, 1970, 1985, Fusion zum FC Kärnten. Die 1990er Jahre bedeuteten für den Willacher SV zugleich Ende und Neubeginn. Nach dem Abstieg 1986 spielte der VSV in der Kärntner-Liga, ehe er ab der Saison 1994-95 in die wieder eingeführte Regionalliga Mitte aufstieg. Nach der Saison 1996-97 beschloss der Vorstand des Willacher SV eine Fusion mit dem SK Austria Klagenfurt zum FC Austria VSV Kärnten, wobei mehrere Spiele dieser Spielgemeinschaft im Willacher Stadion ausgetragen wurden. Schon in der Saison 1997-98 wurde diese Spielgemeinschaft Meister der Regionalliga und qualifizierte sich in weiterer Folge gegen den FC unter Siebenbrunn. Nach einem 1 zu 2 im Auswärtsmatch durch ein Heim minus 2 zu 0 für die zweithöchste österreichische Spielklasse, die ab nun den Namen Erste Liga trug. Im Herbst 1999 erfolgte die Umbenennung des FC Austria VSV auf FC Kärnten. Die Saison 2001 beendete der FC Kärnten als Meister der 2. Liga und feierte neben dem Aufstieg in die Bundesliga auch sensationell den Pokalsieg mit einem 2 zu 1 Finalsieg gegen den FC Tirol Innsbruck. Im selben Jahr wurde auch der Supercup mit einem 0 zu 0 und 10 zu 9 im Elfmeterschießen gegen den gleichen Verein gewonnen. 2003 erreichte der FC Kärnten erneut das Finale im FB Cup, unterlag aber ebenso wie im Supercup dem FK Austria Wien. Der Willacher SV war endgültig im neuen FC Kärnten aufgegangen und somit Vergangenheit. Dies auch deshalb, da sich die Willacher mit dem in Klagenfurt spielenden FC Kärnten größtenteils nicht mehr identifizieren konnten und am Aufbau eines neuen, eigenen Vereins arbeiteten. Jener FC Kärnten aber stieg 2004 zunächst aus der Bundesliga und 2008 dann auch aus der zweithöchsten Klasse ab. Wegen immenser finanzieller Probleme musste am 21. Januar 2009 während der laufenden Regionalliga-Saison der Spielbetrieb eingestellt werden. Für die Spielzeit 2019 konnte kein Partner für eine Spielgemeinschaft gefunden werden. Liegenteilnahme FC Austria VSV Regionalliga Mitte 1998 Bundesliga 2 Division 1999 Erfolge des FC Austria VSV Meister der Regionalliga Mitte 1997 98 Still Liegenteilnahme FC Kärnten 2 Bundesliga 1999 2000 Still 2001 Bundesliga 2002 2004 2004 Erste Liga 2005 2006 Erfolge des FC Kärnten Meister der 2 Bundesliga 2001 Pokalsieger 2001 Pokalfinalist 2003 Supercup-Sieger 2001 Supercup-Teilnehmer 2003 Der Neubeginn Der Neubeginn gestaltete sich nicht so schwierig, wie es zu befürchten war. Gleichzeitig als aus dem bisherigen Klub Austria Klagenfurt VSV der FC Kärnten wurde, ging die Willacher mit dem in der Kärntner Landesliga spielenden Lokalrivalen SC Lanzkron eine Spielgemeinschaft ein, welche bis Saisonende 2001-02 bestand. Gleichzeitig wurde der VSV dank Herbert Michel und vor allem Josef Wirt, der in Folge als Präsident die finanzielle Verantwortung übernahm, wiederbelebt. Konzentrierte sich die Vereinstätigkeit zu Beginn auf die Weiterführung der erfolgreichen Nachwuchsarbeit. Konnte ab Herbst 2002 mit dem Start einer eigenen Mannschaft in der 2. Klasse Regionalgruppe B untertrennen. Naganot Young der sofortige Aufstieg in die 1. Klasse erreicht werden. Parallel dazu wurde von der Familie Wallner der FC Willach als eigenständiger Nachwuchsverein aufgebaut. Der FC Willach hat mit dem VSV nichts zu tun, sieht man von den handelnden Personen ab. Der Verein wurde 1997 als eigenständiger Fußballverein gegründet, um die Nachwuchsarbeit in der Region Willach zu fördern. Ins Leben gerufen wurde der Verein vom späteren Präsidenten des BSV Bad Bleiberg und SEZAG-Chef Egon Putzi, dessen Prokuristen Peter Grünwald und dem Willacher Fußballer und Nachwuchstrainer Wolfgang Wallner. Vision war, dass die Stadt Willach wie in den 1970er Jahren mit Eigenbauspielern wieder zu einer Fußballhochburg werden sollten. In der Anfangszeit wurde noch auf Nachwuchsspieler der Vereine SV Fellach und BSV SEZ Bad Bleiberg zurückgegriffen. Später besaß der Verein Mannschaften in allen Altersgruppen. Die Partnervereine des FC Willach wie SV Fellach, VSV ESV Admirer Willach oder SEZ Bad Bleiberg unterstützten die Aufbauarbeit, in dem Spieler mit aber auch ohne Tauschverfahrens ins Leistungsmodell eingebracht wurden. Nachdem weder der VSV noch der FC Willach einen Sinn darin sahen, weiterhin getrennte Wege in der Nachwuchsarbeit zu gehen, kam es 2005 zur Fusionierung beider Vereine. Der SV Fellach, VSV, nahm 2005 den FC Willach auf und begründete den SV Willach. Der Name wurde in Anlehnung an den alten Willacher SV gewählt, ebenso wurden mit den Farben Blau-Weiß auch dessen Vereinsfarben übernommen. Die Kampfmannschaft stieg in der Saison 2005 06 in der Kärntner Liga ein und setzte sich als Zielvorgabe für die nächsten Jahre den Aufstieg in die Regionalligamitte und vielleicht sogar in die österreichische Bundesliga. 2010 Elftel stieg der VSV als Meister mit 76 Punkten in die Regionalligamitte auf, wo im ersten Spieljahr der zweite, im darauffolgenden der fünfte Platz belegt wurde. 2013 Vierzehntel musste der VSV als Vorletzter jedoch wieder in die Kärntner Liga absteigen. Ab 2011 Zwölftel trat auch eine Zweitmannschaft in der Meisterschaft an. Welche von der untersten Leistungsstufe den Durchmarsch in die Unterliga vollzog, doch aus der Unterliga wieder abstieg. Da von der soeben auch abgestiegenen Erstmannschaft mehrere Spieler den Klub verließen, wurde die Amateurmannschaft aufgelöst, um den Kader aufzufüllen. Trainer Peter HRS Dick verließ den Verein, die Tatsauer wir übernahm. In Summe war die neu geformte Mannschaft aber nicht stark genug und musste nach dem Spieljahr 2014 15. aus der Kärntner Liga absteigen. Nach 14 Punkten aus dem Herbst gelang im Frühjahr kein einziger Zähler. Nach der letzten Runde, welche am 12. Juni 2015 gespielt wurde und mit einer 0 zu 3 Heimniederlage gegen den SK Maria Saal endete, trat Trainer Sauerbier zurück. Als Besonderheit zur Meisterschaft 2014 15. ist noch anzufügen, Dass der VSV seine Heimspiele im Frühjahr auf der kleineren Sportanlage im Stadtteil Goritschach ausdruck und erst ab Herbst 2015 in das eigentliche Heimstadion Lindh zurückkehrte. Am 24. Juni 2015 wurde der Villachager Nordjank als neuer Trainer verpflichtet. Jank war in den 1980er Jahren Spieler bei seinem Heimatklub und vor ca. 10 Jahren bereits VSV-Trainer bis knapp vor Saisonende 2014 15. war er Trainer beim danach abgestiegenen FC Hermagor. Nach einer Hauptversammlung hat der Verein für das Frühjahr 2016 den Rückzug seiner Erstmannschaft aus der Meisterschaft angekündigt, während die Nachwuchsteams weiterhin spielen. Am 26. Januar 2016 wurde über den Klub ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Einem Schuldenstand von 200.000 Euro bei rund 30 Gläubigern stehen aktiver von 12.000 Euro gegenüber. Der Hauptteil der Schulden sind Altlasten. 2006 kam es zur Neugründung des VSV. Liegenteilnahme des SV Villach bzw. VSV Kärntner Liga 2005, 06, 2006, 07, 2007, 08, 2008, 09, 2019, 2010, 11, 2014, 15, Regionalliga Mitte 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, Erfolge des SV Villachmeister der Kärntner Liga 2011, Sieger des KFV Cups 2010, 2011, 2023, 2019, 2020, 2015, 2022, 2015, 2016,цуになれる9, 2016, 2017, 2017, 2018, 2016, 2018, 2022, 2017, 2017, 나서 hat gleanlt NE 2010. Vielen Dank.